Wir haben uns überlegt, wir nehmen euch mal mit auf eine Reise, eine Lienreise. Wer von euch ist denn schon ganz lange mit Lien unterwegs? Wer ist denn schon ganz lange erfolgreich unterwegs? Wer ist denn ganz lange erfolgreich unterwegs und macht das in dem gleichen Unternehmen schon fünfmal? Keiner? Okay. Weil das sind so oft die Projekte, die wir dann mit anstarten. Wir haben das alle schon probiert und so weiter und so fort. Und ich glaube, dieser Praxisbericht von Stefan von mir ist was Außergewöhnliches, weil die Simpelkamp und vor allem der Stefan den Weg seit über zweieinhalb Jahren mit uns gehen. Das ist außergewöhnlich. Normalerweise glauben die nach einer bis anderthalb Jahren, machen wir alleine und dann bricht es wieder zusammen. Und deshalb ist es, glaube ich, ziemlich interessant, was der Stefan da zu berichten hat. Über seine Transformation hat er auch Karriere gemacht in dem Unternehmen, ist leanfiziert seit zweieinhalb Jahren. Und ja, habt ihr Bock auf eine Reise, auf eine Lienreise? Echt? Dann nehmen wir die mal mit, oder Stefan? Wir legen los! 1 2 3 Untertitelung des ZDF, 2020